hallo und herzlich willkommen zurück bei looter kings ja in der letzten folge sind wir ja alle erbärmlich grepiert möchte ich mal so sagen und wir haben jetzt neu angefangen und ich würde sagen wir legen mal richtig los oder ich habe schon ein bisschen was gelootet und auch schon ein paar pilze mir ein verleibt und es geht ja jetzt geht man ab zum shop und da kaufen wir uns mal was ich kaufen jetzt mal da hast du da auch schon die truhe die truhe ist schon weg ich kaufe mir jetzt mal full equipped die besten sachen die ich habe ich habe nur ich habe nur 24 also ich kann auch ich hatte gerade noch neun jetzt habe ich nix ja du sagst bonze na dann lass uns mal loslegen diesmal müssen wir mal ein bisschen weiter kommen müssen wir ein bisschen was schaffen hier aber denkt dran wir sind ein team aber jetzt sehen wir schon ein gespieltes team ne ja 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 also mit looten noch lange nicht hier also leute denkt bitte erstmal dran erstmal hier die looten erstmal ach quatsch warum looten erstmal hier kämpfen leute was kämpfen wird überbewertet kamerad schweinig wie konnte man noch mal schnell die spezialteam aktivieren ja richtig genau das ist meine ich habe gar keine das ist eine maus die kannst du bewegen ich habe auch er macht sie kaputt 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 das ist nicht russisch und auch nicht polnisch wir haben wir hatten hier schon wieder die ganzen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß ja ja komm komm erzähle nicht ich habe es zu holen tolle wurst viel zu holen da nicht runterfallen da ist wieder nahe das auf hier alle rein bis jetzt auch von paukerhausen kommt bitte ich bin ja schon da auch was weiß ich war schon eher hier drin durchdrehen haben die beim letzten mal auch schon geschrien ja ja doch ja da warst du nur immer lauter ach so was habe ich denn hier für eine geile spezialfähigkeit du drehst richtig durch ich bin der messermann also ich messer dich der messermann du bist ein berserker ich mescher dich ich messer dich mal da wenn ich zu nah sind ist das doof ich bin doch ein fernkämpfer hier gibt's loot sammle ich da mal ein wenn ihr das nicht wollt ne nö wer will schon loot ja das freu ich nicht ja aber ich hab schon scheiße es geht hier gar nicht lang oh nein wie hast du das denn angestellt ich weiß nicht nur ein pilz aber ich meine es war nur einer wo bist du denn da hinten jetzt irgendwie irgendwie stirbst du zur hölle das mit diesen pilzen ist die blicken wir müssen hier hoch ja paukerin kriegst du das hin oder brauche hilfe moment ich bin gerade konzentriert kann ich reden soll ich dir helfen nein ja dann wissen wir schon wie das ist wenn du hilfst mit deinen pilzen naja dann schmeißt du sie wieder runter ich sag mal ja genau das böse unterstellung mein loot weg da ja denk dir so vorsicht maus ich bin tanky spanky oh nein so viele ratten oh mein gott liegt der beide ne 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 ich belebe gerade wieder oh aber ich liege gleich da sind zauberer ja oh gott oh gott was macht denn der kombo die zauberer sind fies die haben fernkämpfer ja ich brauch nen pilz warte mal von da kamen wir dann können wir links oder geradeaus ja ne zwei wege gucken wir doch mal ob hier noch loot drin versteckt ist guck mal hat jemand einen pilz pilze kein pilz kein loot wir können ja auch hier dann gehen wir gleich weiter wir können ja erstmal reingucken wenn der raum doof ist gehen wir woanders hin ne will ich doch tschüss pilze 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 mein pilz mein pilz mein pilz dann ist das mein loot mein loot mein loot mein loot ich und mein loot ich und mein loot oh nein fangt ihr schon wieder an zu looten erstmal oder was ne ne ich hab schon gekillt ich gehörte nicht tatsächlich mal oh ratte ich auch nicht oh man ratte 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 oh 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 ich werd verfolgt von ner ratte pilze fliegenpilze sind sicher schlecht oder ah shit ich glaub nicht ja die sind nicht so gut sie geht oh ah nochmal zwei shit also ich finde es ist auch ganz ganz wichtig dass wir tatsächlich erstmal als team spielen und die leute kaputt machen ja und das blut das kann warten ich bin grad die gleiche genau wie die pilze oh ah ich greife den geist an die pilze können gerade nicht gut warten ja bei mir auch nicht weil ich so gut wie tot bin ich auch irgendwie waren die pilze die ich hier gerade hatte auch nicht nett ah shit keine braven pilze mehr aber hier ist noch was das sieht doch gut aus der war gut so war hier mal ein guter pilz für mich der hat so schön geleuchtet ich dachte das war gut yay ich hab mal nicht in der schule gelernt so jetzt haben wir wieder zwei wege oder einmal dahin und dahinten kam wir haben ganz viele glaube ich aber viele wege führen auch nach oben habe ich gehört ja ja kommt alle rein hier viele wege führen zum loot oh das das hat diesmal ganz schön lang gedauert war ja nicht gleich der zweite raum ja das überlebe ich jetzt aber nicht wir werden sehen ja es wird eng es wird eng fast alles diese mistraten einfach nur ja die ratten sind echt fies und hier können wir natürlich auch oh oh damn it ich bin down ich hab's gesehen ich hab's gesehen oh ich bin auch down warte wo bist du oh mein gott oh ich kann nicht ich hab meine der kleine raum mit diesen ratten ist echt fies oh god oh ja der bewegt euch mal in irgendeine kleine ecke gibt's hier pilze irgendwo ja oder sucht pilze ah ja pilze kann man ja auch auf oh oh halt du durch kite dir das zeug ich hol mir den pilz ah ja ja das ist knapp ne oh das ist doch na over ah na over the game is over das ist doch bitter der war eher nicht so yay das war doch bitter na dann weiter oder ja klar direkt gleich weiter ich hab schon auf x gedrückt das ist ja frech irgendwie werden wir schlechter als besser das ist ja frech du wollen wir uns jetzt wirklich darauf einigen erstmal zu killen und dann zu looten ja wer macht denn was anderes hier ihr könnt das gern so machen also wenn ihr das so haben wollt ja ich mach's nicht das wäre für mich über was wer wo wer was 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 ich hab nix gesagt ach so fünf schaden weil am meisten schaden aus oh das ist meine karte immer noch oder ne das die haben wir nicht geschafft ne das ist schon eine neue ne zwei rüstung wäre die andere gewesen glaube ich ja stimmt aber die ist jetzt weg ja ja ich glaube ich glaube ich glaube wir können aber direkt anfangen weil ja 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 ich kaufe mir nur ein schwert ich will nahkämpfer sein ich will kein fernkämpfer sein das ist okay oder will ich fernkämpfer sein aber mir ist egal eigentlich ich will fernkämpfer sein ich mag fernkämpfer ich würde sagen wir brauchen auf jeden fall ein paar ja wir haben noch eigentlich jetzt zwei schwert zwei fern das ist schön passt ohne dies dann wollen wir mal loslegen ich hole mir meinen Loot der mir zusteht ach komm ey was dir zusteht ne so oh ich hab n guppertot mach die Augen zu dann siehst du was dir zusteht ja genau so kann ich denn hier was kaufen hört so gut ey so gut den schöpflöffel of doom ja ich glaub das ist nein aber es gibt nur den schöpflöffel of doom hat er noch Geld schön dass es keiner gesehen hat was geil ich hab dann ein Kotkäppchen ein Kotkäppchen ein Kotkäppchen Kotkäppchen ich hab der hätte den Kupfertopf aber da fehlen mir noch drei hat jemand Geld übrig um mal Bonze spielen ich hab sieben ich brauch drei warte mal wie viel wie macht man das ich glaub auf sechs auf sechs sechs ist immer gut bling bling ja yay da nehmt meine Freunde bling 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 sehr schön das ist wieder das das hab ich neun und guck mal pass mal auf wo ist die Pauke pass mal auf da hier bin ich hier bin ich bling 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 vor allem was hat er sagt da bling bling ich frag mich ob Bonnet dasselbe eingesprochen hat ich kann noch zwei äh 22 abgeben 23 falls wir was brauchen ok ich hab noch sieben abzugeben weil ich hab mir einen Kochtopf gekauft ok ich guck mal ob ich mir was leisten kann warum hab ich den Kochtopf nicht bekommen ich hab nur diesen Kotding da bekommen bling 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 so bei mir gab's bei mir gab's nur das Kotteil so möchte keiner nehm ich wieder bei mir geht's gar nix außer ne Armbrust aber die brauch ich ja noch nicht ne 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 ha 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 seht den goldenen schniebewegen ja genau komm mal los dann würd mich hier zu halbern wartet auf mich ich hab Angst ja ja ok vorsichtig ratty wo 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 ah ja da unter dir Oh, die ist so cool Oh, diese Ratten Ja, von den Ratten muss man halt einfach nur abhauen Ja, ja, das ist es ja Oder als Fernkämpfer einfach draufhalten Die zerstören sich selber Aber nicht, wenn die nage noch an mich rankommen So, darf ich den jetzt einsammeln oder nicht? Wenn du schon voll bist, darfst du ihn einsammeln Nur wenn du Health brauchst, dann nicht So, weiter geht's, komm Ich hab da nur aus dem Augenwinkel Irgendjemanden runterhüpfen sehe Ich denke mir, oh, das will ich auch Oh, oh, oh Da, 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 da hinten Oh, das sind schon die anderen komischen Laboratorlode Ich hake sie schon Wow Ich bin so stark tot Ich fände das halt echt gut, wenn man so eine Wenn die solche, ja, Hitboxen hätten So richtig vom Thema Unterschiedliche Zonen, Trefferzonen Das meine ich Ich weiß nicht, ob es das vielleicht doch gibt Aber mir kommt es halt nicht so vor Das ist dann mit den Nahkämpfern halt ziemlich blöd Die können auch auf den Kopf zielen Wobei stimmt, ich habe ja auch so ein Zielkreuz Aber ich habe ein Pad Ich finde das gerade mega geil Das kannst du mit Kuh auch noch woanders hinschicken Das Pad findest du geil Okay Du, du nicht, was ist da jetzt so witzig dran? Ich verstehe es Das war unreif, was du gesagt hast Das war unreif, da bist du gestraft Oh, ich hab doch nichts Ich hab, ich hab noch nicht mal irgendein Gimmick Ey, echt Außerdem habe ich die ersten beiden daneben geworfen Das musste sich jetzt lohnen Oh Mann, echt Ich habe mit dem ersten mich selbst getroffen Was ist denn da los? Das ist hoffenweiß Kohle Und ihr lauft daran vorbei Was? Wo? Da lag vorher auch schon was rum Dass ich eigentlich so eine kleine Ihr seid keine, ihr seid keine Goblins Nein, 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 nein Ach, du bist doch Das musste jetzt sein Finde ich gar nicht Sorry Paukeck Paukeck Oh, 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 oh Wo ist Ratte? Vorsicht Crow hinter dir Genau Killed Das war ein Kill Oh, 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 oh Hat die Blöden Geister hier Wie, Geister? Sind schon Geister? Ach, Geister Hier an diese komischen So, Agma-Teile da Ja, das sind keine Geister Ich weiß Das sind Verschwinde, Ratte Boah, der hat richtig Bock auf mich Der will dich vernaschen Kann ich verstehen Ich bin auch voll so ein Süßer Ja, zum kleinen süßen Schniepel unten dran Betono, betono liegt auf klein Was? Kleiner Schniepel Betono liegt auf klein Klein Schniepel an Wunderbar Das läuft Ich glaube, ich bin eher als Fernkämpfer geeignet Wie als Nahkämpfer Ja? Ja, schon Oh, lass mir doch auch mal was aus diesen Truhen Ich muss mich erst mal heilen Gemein Wenn du dich heilen musst, dann hol dir doch die Pilze Bin ich doch gerade dabei Ja, mach doch Mach doch Mach doch Mach doch Mach doch Kriegst halt nichts Mach doch Was denn? Wieder die Hälfte fallen lassen Kann ich gar nichts für Oh What the fuck Wenn zwei sich streiten oder was? Oh, das war gut Das war sehr schön Das war super Gemein Wie gemein Karma the bitch So Okay Ach, verdammt Ach, ja Was? Oh, Mist Ich war selber nicht Ach, sch... Ich habe euch beide geholt So, komm mit Kinders Kinders Kinders, hört auf zu zanken Ach Gott, ich hänge hinten bei der Taus Woll ich aber Jetzt geht's los Konzentration Gebt ihr los Mega konzentriert Ich Kriege eigentlich die Pilze auch auf die Figuren werfen Hat jemand einen Special Attack frei, um ein Schild hier zu brechen? Habe ich eben gerade schon bei dem einen versucht, aber leider nicht getroffen Genau Das war meiner Das war nicht schlecht Das war nicht schlecht Der war gut Der war wirklich gut Nächste Welle Da ist noch einer Mit Schild noch Okay Ah Ist selber in die Lava gefallen Das war super Klasse Du bist in die Lava Das ist aber doof Oder bist du wieder? Komm Das darfst du aber nicht machen, gell? Lava ist gefährlich Wolltest du das haben? Ja, ja Das wüsste ich noch nicht Heiß ist nicht immer gut Ja, ja Ich meine, kalte Suppe schockt auch nicht Aber zu heiß ist doof Das ist gut, der kann's Das stimmt wohl So, haben wir den Raum fertig? Ich finde die Mechanik mit dem Schild ziemlich geil Ich finde die Mechanik mit dem Schild ziemlich geil Dann sind wir durch mit unserer Folge heute Was? Ja, so schnell Das ging aber schnell Okay Nein Und dann Na denn? Also, liebe Leute Wackelt immer schön in den Schnippel Dann seht ihr, dass ihr gesund seid Wer kein Schnippel hat Das ist schon schade Ich hab einen Rumpels, Schnippel Wackelt noch schön Jo, passt Tschüss Jetzt möchte ich weg Danke Tschüss, tschüss Vielen Dank fürs Zusehen Winke, winke, ciao Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal